Nein mein Schatz, ich mach die nicht nur nachts auf. Ich hab die schon vor morgen früh aufzumachen. Das war jetzt nur der erste. Mein Schatz, du hast übrigens die Nachrichten nicht gesehen, oder? Die ich dir geschickt hab. Wenn die Stimmung auf dem Re-Stream besser ist und du die Re-Stream Leute unterstützen willst, dann geh bitte und schau sie an. Okay? Wenn ihr mir nicht das zugestehen wollt, was ich meiner Meinung nach und was ich eurer Meinung nach anscheinend auch verdiene, dann tut mir den Gefallen und schaut bei denen hinzu, wenn euch das lieber ist. Lass ich ihre Kommentare machen, ich bin im Moment in einem Zustand, in dem man mir jetzt noch mehr schaden kann. Ich hab den Rang vom Discord gelöscht, falls du nicht gemerkt hast. Ich hätte jetzt mit Discord nie wieder anfangen dürfen. Wenn ich jemanden zum Schreiben und zum Zuhören brauche, schreib ich meiner Freundin. Dankeschön. Es mag sein, dass es meinen Fans vielleicht nicht gefällt, wenn sie mich so sehen, aber ihr könnt mich von mir mein Leben lang erwarten, dass ich mich immer so auf stark mache, dass ich mich immer so selbstbewusst und stark gebe und zeige. Das bin ich nie gewesen und das werde ich auch nie sein wahrscheinlich. Ich hab mich geopfert, in der Hoffnung, dass ein paar Menschen aufwachen und verstehen, dass Hate und Hass scheiße ist. Folglich bin ich ein Opfer. Das mag sein mein Schatz, aber das macht die Sache in meinem Fall nicht besser. Freut mich ja, dass du dich so gut mit meinem Haus auskennst, Hanne. Gut, dass du weißt, wo was ist, wo was kaputt ist, wo was gemacht werden muss. Allerdings dachte ich nicht, dass du bei mir im Haus wohnst und dass du dementsprechend irgendwas entscheiden kannst oder irgendwas beurteilen. Für die Hater bin ich nicht menschlich. Für die Hater bin ich ein Spielzeug. Nicht mehr und nicht weniger. Wir leben aber leider nicht in irgendeinem Film. Ein guter Mensch zu sein, bringt dir heutzutage nichts. Schau mich doch an. Ich hab mein ganzes Leben lang versucht, keine Gesetze zu brechen. Ich hab nie was illegal gedownloadet. Ich war nie ein Kneipenschläger oder irgendwas anderes. Ich hab mich von Rassismus und Nationalsozialismus distanziert und immer gehalten. Und noch vieles mehr. Ich hab nie irgendetwas gemacht, was gegen die Rechte und Gesetze verstößt. Ich hab nie irgendjemanden schlechter behandelt als er mich. Und selbst das hab ich sogar meistens nicht gemacht, wenn mich jemand schlecht behandelt hat. Und ein guter Mensch zu sein, wir sind leider nicht in irgendeinem Film, ein guter Mensch zu sein bringt dir in unsere Welt nichts. Weil Recht und Gesetz nicht immer zwangsläufig damit ausschlaggebend ist, ob du eben auch was machst. Ich liebe Käse, aber auch Pizza ist ja irgendwie unpraktisch. Wisst ihr, selbst in den finstersten Zeiten gibt's dann doch irgendwo immer nen kleinen Lichthau. Ich habe mein Leben im Prinzip immer nur deswegen überlebt, weil ich irgendwo immer nen Lichtschimmer gesehen hab. Und im Moment ist mein Lichtschimmer mir. Ich liebe dich, Baby. Keinerlei Antwort. Irgendwie enttäuschend. Zumindest ein Dankeschön hätte ich erwartet. Ich nehme keine Gäste. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich liebe dich, requiere dich dich, Baby. Ich liebe dich, Baby. Zumindest ein Dankeschön!? plunghi dich, Baby.